Willkommen zurück zu Earthworld Apes Odyssee. Ich bin wieder an Ort und Stelle und habe jetzt auch die Mine endlich mal deaktiviert. Jetzt brauchen wir einen richtig geilen Sprung, um da drüber zu kommen. Verdammte Scheiße! Nach all den Jahren schaffe ich das endlich mal. Na gut. Das sollte jetzt doch alles zu bewerkstelligen sein. Ich zeige euch nochmal, was so alles hier getan werden muss. Ich rette diese Mudakens noch einmal. Aber ganz schnell, Leute, das wird schon gut vonstatten gehen. Glaubt mir einfach mal. Glaubt mir, Victor. Zuerst. Jetzt wird es und dann schleiche ich mich rüber. Ja, wer braucht schon das Flinter Cell, wenn er Earthworld hat? Wer braucht Sam Fischer, wenn er Ape hat? Dreht dich um. Aufstehen, schleichen. Rennen. Junten. Übernehmen. In Rennen. Schießen. Schießen. Und zwar gut schießen, sodass ich keinen Schritt zurückgehe, aber trotzdem so alle treffe. Ich denke, so hat er das bestimmt nicht gedacht, aber ich mach's halt. Ist doch schön. Willst du mir erzählen, das war alles. Dann können wir den Slip... In die Luft jagen. Wieder zu sich kommen. Hinrennen. Erneut jumpen. Anderen Sleek übernehmen. Sleek in die Luft jagen. Bildschirm wechseln, damit der Vogelkreis wiederkommt. Jumpen. Vogelkreis öffnen. Kumpels retten. Anderen Kreis aufmachen und selbst durchjumpen. Anschließend wieder hinfortgehen. Beeilen. Pause machen. Ruhigen Moment drüber springen. Hier hinlaufen. Jetzt weiter. Oh ja, ich hab's geschafft. Der große... Einen großen Sprung wieder abliefern und das muss ich jetzt meiner Liste hinzufügen. Aufpassen, nicht abgeschossen zu werden. Mama. Na gut. Die Hoffnung ist noch nicht verloren. Tja, und davon lebt Art of World 2 Quick Save. Das wird viel interessanter... Ähm, ne. Es wird insofern interessanter, da es Quick Save gibt und das Spiel länger ist, aber, ähm, besser dadurch, dass wir hier, ne, so abspeichern können. Jetzt wär ich fast erschossen worden. Aber nur fast. Es hat geklappt. Auch das hat geklappt. Und nochmal übernehmen das Ganze und nochmal schießen. Okay, Leute, jetzt zum letzten Mal. Es ist doch ein Genuss, die ganzen Köter zu erschießen. Ne, gehen wir einen Schritt zurück hier. Je, das stehen wir besser. Immer so ein Doppelpack. So, ist es gut. Exzellent. Pahm! Da fliegen die Fleischfetzen in alle Richtungen. Himmelsrichtung. Jetzt bist du dran, Mann. Du weißt, was dich erwartet. Im Übrigen sind es ja keine richtigen Roboter, die es leaks. Das sind so, ja, Gestalten. Wir sehen es ja am Fleisch, Blut, Fleisch und so. Das sind eigentlich Lebewesen, die keine Beine haben, aber so Roboterbeine, dass sie laufen können und dann so ein Roboter Gesicht quasi und eine Knarre. Und man lernt die über die Earthworld-Teile immer besser kennen. Zum Beispiel Earthworld 2 gibt es die auch ohne Gebein. Und dann müssen sie immer zu ihrem Gebein laufen und so. Das ist ganz funny. Okay. Und in Earthworld 3 gibt es dann ganz viele verschiedene Sorten und in Earthworld 4 haben sie dann wieder wie gesagt alles alte weglassen. Gut. Das gibt es doch nicht! Wie soll ich das machen? Ich habe halt ein bisschen Schwung. Entweder ich laufe weiter oder ich laufe zurück. Irgendwie haben wir bislang nichts erreicht. Ich habe eben fast den Gedanken gehabt, das was ich hier gerade habe, nicht hochzuladen. Aber, hmm, nee. Näh, naja. Ach nix, ich kann euch doch ein wenig erzählen über die Earthworld. Genereil. So. Aber ein bisschen zusammenreißen muss ich mich auch, denn ich will keine Fehler machen. Schnell! Earthworld 2 ist viel länger und besser gemacht und, ähm, da gibt es das Quick Save. Also das wird sehr interessant. Aber das hier, das, ähm, weckt auch irgendwie positive Erinnerungen. Die Wüste hat mir sehr gefallen. Na gut, das hier im Moment gerade nicht so. Komm, Doppelpack hier. Schrot für zwei. Unendlich Munition, habe ich das schon mal erwähnt? Hey, verprügelt meine Modakens nicht so. Das war's. Boom. Ja, in Earthworld 3, das ist dann ganze 3D, ähm, geht's übernehmen auch und da gibt's auch größere, fettere Sleaks. Die sind richtig, äh, cool. Die knallen alles ab. Eigens Earthworld 3 ein bisschen komischer. Nicht ganz so gut wie die anderen beiden Teile, aber hey. Aber Teil 4 ist halt zu eigen. Das ist so eine Art Eco-Shooter mit einer Armbrust. Man muss die Fiecher, die Insekten, die man findet, in der Armbrust und zum Ballern und eigentlich nur neue Charaktere, bis auf zwei Arten. Die Vykers und die Fuzzles, die gab's auch schon in Earthworld 3. Allerdings nur eine kleine Nebenrolle, also man kann sagen, in Earthworld 4 ist nichts mehr übrig. Und ich kann nur noch hoffen, dass es nicht mehr laggt an so gefährlichen Stellen wie eben. Mein Gott. Jetzt mach ich's schnell. So, kurz vorm Ziel, oder was? Man kann nur hoffen, dass nächstes Jahr Earthworld 5 wieder mit Ape ist. Es wurde bislang angekündigt, der neue Entwickler hat gesagt, just add water. Einfach Wasser hinzufügen. Hat einfach nur gesagt, ja, wir machen fünf neue Spiele. Da kommt die Oddbox. Oddbox, ja. Oddbox. So. Kommt raus. Da gibt's die alten Spiele. Das wurde ja auch schon angekündigt, schon so. Dass die ersten drei Spiele halt nochmal für den PC-Gerror-Remake werden. Moment. Gut. Und, ähm, dann haben sie noch gesagt, wir veröffentlichen Earthworld 4. das bekloppte Earthworld-Spiel, das anders ist als die anderen. Für PlayStation 3. Nochmal neu. Gratulation. Und der grafische Unterschied ist fast gar nicht wahrzunehmen. Na gut, sollen sie machen, aber da bleiben immer noch drei Earthworld-Spiele. Und es ist anzunehmen, dass ein neues Earthworld 2D-Adventure mit Ape, wie wir es hier haben, rauskommen wird. Und das wird, ja, interessant. Okay, ne? Das würde ich mir wünschen. Das wünsche ich mir schon sehr lange. Schon seit ich Earthworld kenne. Wünsche ich mir einen neuen 2D-Teil. Das wäre geil. So wie hier einfach, ne? Einfach nur Earthworld Apes Exodus mit neuen Welten. wieder das Secret gelöst. Mann, bin ich da gut drin. Und jetzt hier echt mal ein bisschen zusammenreißen. Jetzt kommt einer. Jetzt renne ich. Also wir müssen das richtig, 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 richtig schnell hinkriegen. Ein Part voller Fails. Es wird ein Happy End geben, meine Freunde. Ich bin der Mensch auf dieser Welt, der so oft wie kein anderer Mensch zuvor dieses Secret gespielt hat. Immerhin. Immer wieder zu. Dasselbe Ablauf. Gut, genießen wir das Spiel so lange wie möglich. Machen wir das Beste draus. Ne, Leute, inzwischen hab ich auch keinen Bock mehr drauf, aber okay. Ihr kommt euch vielleicht vor, als würd ich immer wieder selber abspielen. Replay! Nein, nicht ganz. Ich hab's halt schon ziemlich veränderlicht gerade. Hm, hm, hm. Wake up in the morning. Zack, zack, zack. Grausame Methode, die ihr sterben müsst. Wir können gespannt sein, ob ich es diesmal schaffte. Und wie wir das können. Wir können übrigens auch kommunizieren. Wir werden, ich kann euch schon mal erzählen, was wir danach alles sehen werden. Wir sind hier im Tempel und werden dann gleich zu einem Areal kommen, in dem es dann, wie viele Türen gibt? Ich glaube, acht. Acht Türen. Die müssen wir dann alle hinter jeder Tür verbirgt sich ein kleines Areal mit den Scraps. Wir sind ja im Tempel der Scraps und das müssen wir alle acht lösen. Dann öffnet sich die Tür zum Nest und dann finden wir heraus, warum wir wirklich hier sind. So, jetzt im nächsten Bild kommt wieder das. jetzt schnell springen. Wir sind gerettet. Jetzt warten wir, bis der weg ist und laufen in die Mine. Wir haben es geschafft, Leute. Und jetzt sterbe ich hier nach und dann, nee, kann schon gar nicht mehr sein. Ah, das sind ja schon die acht Türen. Na, wunderbar. Ich werde euch das noch demonstrieren. Scraps! Scraps sind scharf auf ihr Territorium. Das Einzige, das sie mehr lieben, als der hinschleichende Mudakens, als Imbiss zu sich zu nehmen, ist, sich gegenseitig eins auf die Mütze zu hauen. Wenn du einen siehst, hau ab! Wenn du zwei siehst, genieße die Show. Steinschlösser! Unsere Tempel sind dunkel geworden. Okay, das hatten wir schon. Wir müssen die Steinschlösser aktivieren. Außerdem müssen wir die Melodie erhalten, um wieder zurückzukehren. Und, äh, die Sequels nicht vergessen. Aber ich denke, ich glaube, ich weiß, wo die sind. Hier gibt es nur genau zwei, die uns erstmal nicht interessieren. Okay, acht Türen mit, äh, kleinen Arealen. Die sind nicht so schwer wie die Sequels, keine Angst. Aber wie das Ganze dann abläuft und ausgeht, das erfahren wir im nächsten Part. Also Leute, bis dann und ciao!